Hallo, hätten Sie gerne weniger Stress und mehr Zeit? Und Hand aufs Herz, würden Sie gerne weniger arbeiten und mehr schaffen? Würden Sie gerne raus aus diesem digitalen Hamsterrad und Bye-Bye-Sofortness-Stress sagen? Wunderbar. Dann geht es Ihnen so, wie es mir vor zehn Jahren ging. Vor zehn Jahren, da war ich Startup-Unternehmerin, ich glaube im zehnten Jahr. Ich habe so eine steile Startup-Managerin-Karriere einst hingelegt. Und vor zehn Jahren war ich die Postpest im E-Mail-Eingang meiner Mitarbeiter. Ich war ständig erreichbar. Ich bin mit meinen Mails ins Bett gegangen, mit meinen Mails aufgestanden. Ich habe nie abgeschaltet, auch nicht im Urlaub und auch nicht an Heiligabend. Ich war eigentlich ständig busy und habe dabei immer weniger geschafft. Das Einzige, was über die Jahre mehr wurde, war, meine Erschöpfung und natürlich der Stress. Und als es die ersten Burnout-Fälle im Kollegenkreis gab, habe ich das zum Anlass genommen, die Notbremse zu ziehen und mal kritisch zu hinterfragen, wie ich das Digitale smarter nutzen kann. Seit zehn Jahren bin ich überzeugte, digitale Minimalistin und stolz darauf, kein Smartphone-Zombie mehr zu sein. Was wie Verzicht klingt, ist in Wirklichkeit ein riesen Gewinn. Und diesen Gewinn, den möchte ich heute mit Ihnen teilen. Ich habe drei plus eins Happiness-Hacks für Sie zusammengestellt, die Ihnen helfen werden, weniger Stress zu haben, smarter zu arbeiten und das Leben mehr zu genießen. Und warum drei plus eins? Hätte ich nicht einfach auch vier sagen können. Ja, hätte ich. Aber drei plus eins ist der Login-Test für diese Keynote. Ich möchte feststellen, ob Sie auch wirklich ein Mensch sind. Also drei plus eins ist gleich. Roboter haben hier keinen Zutritt. Und gestatten Sie mir diese Frage im Jahr 2020. Sind Sie eigentlich noch ein Mensch? Das muss man heute fragen. Denn die digitale Revolution, die ist vorbei. Und woran erkennen Sie das? Sie erkennen es genau daran. Vielerorts ist der Mensch verschwunden. Der Mensch mit seinem Blutkreislauf ist zum Homo Digitalis mutiert. Zu einem Wesen, das ohne Strom nicht mehr lebensfähig ist. Zu einem Wesen, das ganz besondere Bedürfnisse hat und dringend Hilfe braucht. Hier ist das Beweisvideo. In today's modern world, you can watch what you're doing, or you can watch where you're going, but you can't do both. And now, you don't have to. Thanks to guiding hands. At guiding hands, we understand how important it is to stay connected when you're on the go. Simply request a guiding hand, and within seconds we'll be at your side, ready to guide you to your destination. Let us navigate your world so you can navigate the web. Your guiding hand will take care of all the pesky distractions that once forced you to look up. We look out for you so you can keep an eye on the things that matter most. Enjoy the security that comes in knowing you are finally truly connected. You'll never have to look up again. Ever. That's a price. So, man hat schon gesehen, der Homo Digitalis ist ein Mensch mit besonderen Bedürfnissen. Er ist ganz schlecht für die Geburtenrate. Er ist schlecht für die Kursbilanz. Er ist ohne Strom nicht lebensfähig. Viele Menschen verwechseln heutzutage Google und ihr Smartphone mit dem Betriebssystem ihres Daseins. Ein Homo Digitalis hat nicht sehr viel emotionale Interaktion. Er kompensiert emotionale Defizite mit Like-Duschen auf Facebook und auf Instagram. Er beachtet sein Handy mehr als die Menschen, die er am meisten liebt. Und der Homo Digitalis, weil er sich selbst eigentlich oftmals gar nicht mehr so richtig spürt, fotografiert sich manisch selbst, um sich zu versichern, dass er überhaupt noch da ist. Kurzum, was wir gerade gesehen haben, zeigt, der Homo Digitalis hat das Digitale nicht im Griff. Das Digitale hat ihn im Griff. Und das hat, Sie werden es sich schon denken, Folgen. Ich möchte zum Einstieg kurz die fiesesten KPIs des Homo Digitalis zeigen. Quasi die Key Performance Indicator des Homo Digitalis, wobei ich hier sagen muss, dass man Performance bereits jetzt in Anführungszeichen setzen muss. Zahlen, die Sie wissen sollten, die wichtig sind fürs Arbeiten und fürs Leben. Der gewöhnliche Bürokrieger wechselt pro Stunde 27 Mal seinen Aufmerksamkeitsfokus. Also anders gesagt, der gewöhnliche Bürokrieger ist alle zwei Minuten abgelenkt. Das ist eine berühmte Millennial-Studie von der Universität, wo man festgestellt hat, dass 27 Mal pro Stunde die Augen der Probanden Bildschirm zappen, Fenster zappen, Tabs zappen, Gruppenchat-Alarm, zurück ins Excel, schnell noch in den Browser, oh, mich chattet jemand an. Also alle zwei Minuten kommt eine Ablenkung. Diese Dauerablenkung, dieses mediale Multitasking führt dazu, dass der IQ um 15 Prozentpunkte sinkt. Jetzt stellen Sie sich mal vor, bei dummen Menschen, was da passiert, wenn die auch noch irgendwie medial Multitasking machen, die sind ja dann fast im Minus, oder? Wenn da 15 Prozentpunkte noch weg sind. Die nächste Zahl ist natürlich die wirtschaftliche Folge. Diese digitale Dauerablenkung am Arbeitsplatz führt dazu, dass allein in den USA jährlich 588 Milliarden US-Dollar an Produktivität verloren gehen, weil die Leute sinnlos surfen, ihre Social-Media-Inkontinenz frönen und ständig Emojis in den Gruppencheck posten. 115 Prozent ist die nächste Zahl und dies durchaus ernst zu nehmen. In den letzten 13 Jahren ist die Burnout-Rate um 115 Prozent gestiegen. Nicht von 100 auf 115, sondern um 115 Prozent. Und jetzt noch gerade in Coronavirus-Zeiten eine sehr abschreckende Zahl für alle, die gerne mit ihrem Handy aufs Klo gehen, was der gewöhnliche Smartphone-Zombie natürlich tut. Auf einem Handy-Display sind 18 Mal mehr Bakterien als auf der Klospülung einer Herren-Toilette. Muss ich noch mehr sagen. Muss ich noch mehr sagen. Ich glaube, was jetzt zu tun ist, ist ganz klar, wir müssen was ändern. Change ist, glaube ich, ein Überbegriff für dieses Jahr 2020, von dem man manchmal das Gefühl hat, dass Quentin Tarantino Regie führt. Change. Ich habe hier ein wunderschönes Zitat von Max Frisch, dem Schweizer Autor. Der sagt, Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Das unterschreibe ich. Allerdings möchte ich ergänzen, das Wort produktiv ist Teil der Katastrophe. Nicht für alle Branchen, aber für zu viele. Die Digitalisierung, so sehr ich sie liebe, aber ich glaube, im Jahr 2020 müssen wir alle eingestehen, dass die Digitalisierung, die Produktivität aller Wissensarbeiter und aller Bürokrieger nachweislich ruiniert. Die Universität Stanford hat kürzlich auf ihrem Blog einen Artikel geschrieben. Da stand drin, die Fähigkeit, unablenkbar zu sein, sei die neue Superpower. Und was soll ich sagen, Leute? Die wollen wir alle haben, oder? Wir wollen unser Leben zurück und wir wollen unser Arbeiten zurück und wir wollen diese Superpower zurück, nämlich unablenkbar zu sein. Unablenkbar zu sein, ob Sie jetzt im Homeoffice arbeiten noch zurzeit oder schon wieder im Büro. Die Dauerablenkung ist allgegenwärtig. Man hat in der Corona-Krise durch diesen Großversuch Homeoffice für alle aber so eklatant wie nie gesehen, wie viel digitale Anwenderkompetenz auch noch im Jahr 2020 überall fehlt. Oder wie erklären Sie es sich, dass im Jahr 2020 es im Homeoffice von vielen ernstzunehmenden Menschen zu Szenen wie zu dieser Szene gekommen ist? Kleiner Tipp, bitte achten Sie auf die Frau auf der linken Seite in der Mitte. Es handelt sich dabei um Poor Jennifer und Sie werden auch gleich sehen, warum. Ja, herzliches Bye-Like. Poor Jennifer kann man da nur sagen. Schauen Sie, Meetings sind ja per se ein Ort, an dem sehr absurde Dinge passieren, Tag für Tag. Man hat so viele Meetings, dass niemand mehr die gescheit vorbereiten kann und deswegen macht man in Meetings sowas wie betreutes Lesen. Also der Vortragende dreht sich um und liest den gepeinigten Zuhörern Bullet Point für Bullet Point vor, was die Leute gerade selber lesen. Und das wirkt wie Valium 10, wenn du Leuten vorliest, was die gerade selber lesen. Und was machen dann die gepeinigten Zuhörer? Die können ja nicht, zumindest nicht offiziell im Meeting einschlafen. Die greifen in Notwehr zu ihren Dienstwaffen. Handy und Laptop verschanzen sich dahinter und behaupten auch noch ganz frech, sie müssten nur kurz mal was arbeiten. In Wirklichkeit frönen dort viele dem E-Mail-Wahnsinn und dem sinnlos Surf-Syndrom. Und besonders Handys tragen in Meetings dazu bei, dass die Situation mehr und mehr eskaliert. Und das liegt meistens daran, dass die Leute Opfer des Vibrationsalarms werden. Kennen Sie das? Man fragt die Leute vorher noch alle Handys aus und alle sagen, ja, ja, klar, ich bin doch kein digitaler Depp, ich doch nicht. Und ein paar Sekunden später vibriert es irgendwo unterm Tisch. Und derjenige, bei dem es vibriert, merkt es, fängt panisch an, in seinen Hosentaschen rumzukramen. Er hält das Vibrieren genau dreimal aus. Dann muss er reagieren, dreht sich zur Seite, holt das Handy so aus der Tasche, macht den Arm vor das Gesicht, in der Hoffnung, er oder sie sei dadurch unsichtbar, was auch irgendwie albern und kindisch ist. Und geht dann vor allen Leuten ans Telefon und echt da entgestresst rein, ich kann gerade nicht, ich bin im Meeting. Das muss man sich schon kurz mal im Großhirn überlegen, was da gerade passiert. Also Menschen mit ernstzunehmendem Jahresgehalt gehen in Meetings vor allen Leuten an Telefone, um zu sagen, dass sie nicht ans Telefon gehen können. Da ist für mich der Moment erreicht, wo ich sage, ja, in dem Fall wünsche ich mir einfach mehr smarte Menschen und dumme Telefone. Die Kombination aus Meetings, Mails und Handys, die zeigt wie keine andere, wie und warum verstandbefreite Digitalisierung Produktivitätskiller Nummer eins ist. Man spricht hier sogar in der Wirtschaftswissenschaft inzwischen von dem Produktivitätsparadoxon der Informationstechnologie. Was heißt das? Wenn Menschen in Meetings an Telefone gehen, um zu sagen, sie können nicht drangehen, wenn Menschen in Meetings sitzen und dort ja eigentlich arbeiten sollen und dann aber sagen, sie müssten jetzt kurz mal was arbeiten, ihr Laptop rausholen und anfangen wie verrückt zu mailen, dann ist das irgendwie absurd, aber es ist natürlich vor allen Dingen das Gegenteil von Produktivität. Das hat mehr mit Beschäftigungstherapie zu tun und ich glaube Evolution hätten wir uns alle anders vorgestellt. Was ist dieses Produktivitätsparadoxon der Digitalisierung? Es ist, dass die Technologie, die doch eigentlich dafür angetreten ist, dass wir produktiver sein können, dass wir effizienter arbeiten, dass wir Zeit gewinnen. Genau diese Technologie führt zum Gegenteil. Wir verlieren so viel Zeit wie nie zuvor und wir arbeiten so unproduktiv und so ineffizient wie nie. Eine meiner wichtigsten Erkenntnisse als Internet-Veteranin ist die, keine Technologie wird den Mensch produktiver machen. Nur der Mensch macht die Technologie produktiver, nämlich durch die Art, wie er sie nutzt. Wenn wir es nicht schaffen, intellektuell über den Bildschirmrand hinauszukommen, dann nutzen wir immer nur die Idiotenfunktionen und machen uns zum digitalen Deppen. Mein erster Tipp, um diesen Zustand in den Griff zu kriegen, ist etwas ganz Einfaches. Wie wäre es, wenn wir einfach alle aufhören, produktiv zu sein? Wenn wir versuchen, dieses Wort Produktivität durch Schaffenskraft zu ersetzen? Wenn wir die Produktivität den Algorithmen überlassen? Jeder Algorithmus wird immer bessere Produktivitätskennzahlen haben als wir Menschen. Wir Menschen haben andere Fähigkeiten. Wir haben Empathie, die kann keinen Algorithmus machen. Wir können tanzen, kann keinen Algorithmus machen. Das heißt, Produktivität kennzahlengetrieben wird nie eine menschliche Stärke sein. Das heißt, dieses Hamsterrad der KPIs in puncto Produktivität können wir verlassen, wenn wir sagen, wir versuchen gar nicht länger produktiv zu sein. Wir versuchen einfach wieder mehr zu schaffen. Wir sind durch diesen Drang, produktiver als die Maschinen zu sein, zu aufmerksamkeitsgestörten, gehetzten Menschen geworden, die ihre Smartphones mehr beachten als die Menschen, die sie am meisten lieben. Wir sind zu Menschen geworden, die mehr agieren, die nicht mehr agieren, sondern nur noch reagieren. Was soll eines Tages auf ihrem Grabstein stehen? Er war ein begnadeter CC-Setzer? Seine E-Mails an alle waren gefürchtet? Oder trotz einer täglichen Emoji-Frequenz von über 1000 Tränenlach-Smileys war er ein ernstzunehmender Mensch? Vielleicht wird es Zeit für einen Richtungswechsel. Mein Tipp hier ist, sei weniger produktiv, dann schaffst du mehr. Was ich damit meine ist, hören Sie auf, nach dem besten Produktivitätssystem zu suchen. Geben Sie die Suche nach der perfekten Produktivitäts-App auf. Ich habe das jahrelang getan, bis ich erkannt habe, am produktivsten ist man, Achtung, wenn man sich einfach hinsetzt und arbeitet. Es klingt total peinlich, dass man sowas sagen muss. Aber mein Tipp ist für Sie, setzen Sie sich hin und arbeiten Sie ungestört. Schalten Sie die Ablenkungen aus. Das ist der beste Produktivitätstipp, den man jemandem geben kann. So hat man früher gearbeitet, bevor man nebenberuflich E-Mail-Server und professioneller Meeting-Absitzer wurde. Sei weniger produktiv, dann schaffst du mehr. Haben Sie Mut, einfach zu sagen, Produktivität ist nicht länger, mein Gott. Ich will Schaffenskraft entwickeln, indem ich einfach mal ungestört arbeite. Der zweite Punkt ist Effizienz. Effizienz ist auch so ein Kennzahlenwort. Wir wollen alle effizienter werden. Und im Versuch, effizienter zu werden, erschöpfen wir so sehr wie nie zuvor, weil es keinen Spaß macht, in Meetings zu sitzen und Mails abzuarbeiten parallel. Deswegen wäre mein Tipp, lassen Sie uns doch Effizienz durch Erfüllung ersetzen. Und wann ist man erfüllt? Wenn man was Schönes gearbeitet hat, wenn man das Gefühl hat, man hat was weitergebracht. Und dazu gibt es den ersten Happiness Hack. Der erste Happiness Hack, um wirklich was zu schaffen, ist Deep Work. Deep Work ist ein neues Modewort. Man hat früher auch vom Pomodoro-Prinzip gesprochen. Es ist total egal, wie Sie es nennen. Es ist so einfach, dass Sie sich schämen, dass Sie es vielleicht noch nicht probiert haben. Deep Work heißt, Sie arbeiten fortan in Intervallen. 20 Minuten alle Ablenkungen abschalten, 20 Minuten nur eine Sache machen, danach 5 Minuten Katzenvideos. Sie können auch einsteigen mit 15 Minuten konzentriert eine Sache machen und dann 5 Minuten Katzenvideos. Sie versuchen, sich dann langsam zu steigern. Einfach mal zu sehen, wenn Sie sich länger konzentrieren können, vielleicht mal 35 Minuten am Stück arbeiten und sich dann 10 Minuten Pause gönnen. Spielen Sie damit sich selber, aber ich kann Ihnen garantieren, Deep Work, dieses Arbeiten in Intervallen, ist die neue Art, wie man erfüllt und zufrieden immense Schaffenskraft und Befriedigung und Freude bei der Arbeit dazugewinnt. Und bei Katzenvideos meine ich natürlich nur ein Katzenvideo. Das zweite Dilemma, das wir so ein bisschen in unserem Leben haben, das nenne ich das 6-Sekunden-Dilemma. Was ist das? 6-Sekunden-Dilemma heißt, dass Ihr Hirn auf digitale Aufmerksamkeitsreize reagiert und binnen 6 Sekunden eine Reaktion fordert. Das ist natürlich von den App-Anbietern voll beabsichtigt. Die wollen ja, dass wir möglichst viel Content produzieren, dass wir möglichst oft abgelenkt werden. Je mehr wir uns digital beschäftigen, desto mehr Daten generieren wir und desto mehr Umsatz kann man mit unseren Daten machen, oftmals ohne, dass wir das wissen. Das ist ein anderes Thema. Wie kommt es zu diesem 6-Sekunden-Dilemma? Lassen Sie mich Ihnen das kurz erklären. Es ist wichtig, dass man das weiß. Stellen Sie sich vor, weil in Wirklichkeit, wenn ich Sie jetzt fragen würde, möchten Sie alle zwei Minuten in Ihrer Arbeit abgelenkt werden, würden Sie ja sagen, nee, Frau Eckler, ich bin doch nicht bekloppt. Wenn ich Ihnen jetzt aber sage, das passiert aufgrund des 6-Sekunden-Dilemmas, werden Sie sagen, wie kann das sein? So kann das sein. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen an Ihrem Computer und machen gerade was ganz Wichtiges mit Zahlen. Sie sind in den Tiefen des Exels und Sie sind wild entschlossen, dort auch zu bleiben. Aber plötzlich kommt eine neue Mail und Sie merken das. Ihr Augenwinkel links außen ist schon die ganze Zeit in Abachtstellung und die neue Mail kommt und in Ihrem Hirn passiert Folgendes. Es gibt eine Dopaminausschüttung. Kleine Dopamindusche, der Belohnungszentrum wird aktiviert und das fühlt sich gut an. Sie sind aber jetzt noch wild entschlossen im Excel. Sie haben gemerkt, da ist eine neue Mail, sprechen mantraartig auf sich ein, sagen sich, da ist eine neue Mail, alles klar, nicht schlimm, obwohl ich habe, glaube ich, gesehen, sie ist vom Chef. Egal, ich sitze hier im Excel, ich mache was Wichtiges mit Zahlen, ich bleibe dabei. Durch die Dopamindusche wurde Ihr Belohnungszentrum aktiviert und wenn das aktiviert ist, haben Sie genau noch sechs Sekunden. Nach sechs Sekunden meldet Ihr Belohnungszentrum nämlich Alarm, die neue Mail, die ist immer noch da. Und plötzlich denken Sie sich, hey, die neue Mail, die ist immer noch da. Vielleicht gucke ich nur mal ganz kurz, ob es was Schönes oder was Schreckliches ist. Und das nennt man jetzt den Thriller-Effekt. Das passiert auch beim Netflixen. Wenn Sie nur in der nächsten Folge kurz schauen wollen, ob der Hauptdarsteller überlebt, merken Sie auf einmal, es ist schon 5 Uhr morgens und Sie sind in Staffel 3. Das ist der Thriller-Effekt. Sie wollen wissen, es ist was Schönes, was Schreckliches. Im Falle der Mail, Sie waren im Excel, die Mail kam, nach sechs Sekunden, zack, Sie gehen in die Mail, merken, da hat sie nur jemand CC gesetzt. Sie antworten noch schnell im Affekt, vergessen den Anhang. Das merken Sie aber, weil 100 Leute gleich zurückschreiben, wo ist denn der fehlende Anhang. Stunden später sind Sie wieder an Ihrem Computer gucken und fragen sich, warum ist eigentlich das Excel offen? Das ist das Sechs-Sekunden-Dilemma. Sobald Sie einen Aufmerksamkeitsreiz kriegen, müssen Sie nach sechs Sekunden gucken, ist es was Schönes oder ist es was Schreckliches. Und dieses Sechs-Sekunden-Dilemma löst dieses mediale Multitasking aus. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, wieso? Multitasking ist doch eine super Sache. Das macht das Gehirn doch richtig fit. Nein. Das Hirn ist kein Muskel, deswegen kann es auch nicht fitter werden. Die traurige Wahrheit ist leider die, Multitasking trainiert nicht das Gehirn. Multitasking trainiert Ihnen ein Aufmerksamkeitsdefizit an und führt dazu, dass man sich irgendwann gar nicht mehr konzentrieren kann. Und man merkt das daran, dass wenn gerade mal keine Ablenkung kommt, fühlt sich das ganz komisch an. Und E-Mail-Wahnsinnige drücken dann so lange auf Empfangen, bis irgendeine Mail vom Server runterlädt, die Ihnen sagt, was er als nächstes machen soll. Wie geht es Ihnen damit mit diesem Medien-Multitasking? Schaffen Sie es noch eine Minute lang mal nichts zu tun? Es ist der Moment gekommen, wir machen einen kleinen Test. Jetzt kommen die längsten 60 Sekunden dieser Keynote. Falls Sie es noch nicht gemacht haben, jetzt ist der Moment, schalten Sie den Vollbildmodus ein, atmen Sie einmal tief ein, legen Sie die Hände in den Schoß. Das ist ein wunderbarer Moment. Sie müssen jetzt mal nichts müssen. Nur atmen, einfach nur da sein. Am besten Sie falten die Hände, Sie müssen nicht beten, Sie können natürlich, aber so können Sie sich selber über die Hand enthalten, weil für viele Menschen wird das jetzt sehr hart. Ich schweige Sie jetzt einfach mal 60 Sekunden lang an und wir tun gemeinsam nichts. Wir freuen uns, dass wir da sind. Vielleicht erinnern wir uns an die erste Liebeserklärung, die wir mal im Leben bekommen haben. 60 Sekunden, sind Sie bereit, ready, go. Ostinger 1.8 Kilo 1.6 Kilo 1.4 Kilo 1.6 Kilo 1.3 Kilo 1.7 Kilo 1.7 Kilo 1.6 Kilo 1.6 Kilo 1.6 Kilo 4.6 Das war's. Wie hat sich das angefühlt? Hey, sind Sie noch da? Wie geht's Ihnen? Haben Sie gezuckt? Haben Sie dieses innere Jucken verspürt? Haben Sie das Gefühl gehabt, ich muss jetzt irgendwas checken, weil mich meine Stille, meine Innere so laut anschreit? Das kommt, wenn man das Hirn auf Multitasking konditioniert hat. Und was hilft dagegen? Ein Wechsel der Perspektive. Die Kompetenz, die so vielen Leuten irgendwie als Kompetenz vorgegaukelt wurde, nämlich Multitasking, die gibt's nicht. Niemand kann das. Nicht mal wir Frauen. Wenn du alles gleichzeitig machst, machst du nichts mehr richtig. Mehr noch. Man braucht mehr Zeit und produziert schlechtere Ergebnisse. Wer will das? Eigentlich niemand. Das heißt, die Challenge der heutigen Zeit ist, Monotasking zu lernen. Das ist eine Karriere-Tugend. Eine Sache machen können. Deep Work hilft Ihnen dabei. Seien Sie stolz darauf, dass Sie nur eine Sache am Stück tun. Ein Motto, was Ihnen dabei helfen kann, ist, werden Sie geizig mit Ihrer Aufmerksamkeit. Sagen Sie sich entweder volle Aufmerksamkeit oder gar keine. Und dazwischen gibt's nichts. Alles andere ist eine Mogelpackung. Happiness Hack Nummer zwei. Notification-free ist das neue Nichtrauchen. Damit meine ich, schalten Sie alle Push-Nachrichten aus. Jeglicher Art. Am Handy, am Computer, Social Media, im Browser. Entfernen Sie Social Media von Ihrem Handy. Machen Sie die Mail-Funktion weg von Ihrem Handy. Und jetzt denken Sie wahrscheinlich, spinnt die? Nein. Probieren Sie es aus. Tun Sie sich den Gefallen. Es gab Unternehmensberater, Investor Relations Manager, die beim Versuch gesagt haben, nee, das geht nicht. Das können andere Leute machen. Aber ich kann so nicht arbeiten. Und alle haben nach einer Woche gemerkt, das geht. Ich gewinne so viel Zeit. Ich kann wieder genussvoll leben und ungestört arbeiten. Und ich schaffe mehr. Und ich genieße mehr. Gönnen Sie sich diesen Versuch. Eine Woche lang alle Notifications und Push-Mitteilungen abschalten. Eine Woche lang im Nichtstören-Modus leben. Und schauen Sie, ob die Welt untergeht. Weil Sie mal nicht in Nanosekunden erreichbar sind. Ich schwöre Ihnen, das wird nicht passieren. Und der Versuch ist es wert. Denn Sie werden unbändig viel neue Lebensenergie und Freiheit gewinnen. Das Dritte, von denen ich Sie befreien möchte heute, ist Sofortness-Stress. Was ist Sofortness-Stress? Ich nehme mal ein Beispiel aus der Mann-Frau-Kommunikation. Die blauen Häkchen bei WhatsApp, oder? Also, was sagen die blauen Häkchen, wenn die kommen? Die sagen, dass der Server eine Nachricht zugestellt hat. Sie sagen nichts darüber aus, ob der Empfänger die Nachricht gelesen und intellektuell und emotional verstanden hat. Blöderweise denken wir Frauen das aber. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich nicht mehr, aber wenn man, als ich noch eine gewöhnlichere Frau war, wenn man einem Mann eine Nachricht schickt als Frau, denkt man, oh, die blauen Häkchen kommen. Mann hat die Nachricht gelesen sowie emotional und intellektuell verstanden. Jetzt musste ich mit meinen 46 Jahren feststellen, das stimmt nicht. Der Mann kann das nicht. Ja, niemand kann das. Und niemand muss es auch. Die Erwartungshaltung von uns ist aber so, denn wenn du siehst, okay, blaue Häkchen kommen, ganz schlimm ist, wenn du siehst, der Mann geht noch kurz online. Siehst den kurz auftauchen, dann siehst du vielleicht noch, der fängt an zu schreiben und hört dann auf. Ja, und nach 90 Sekunden entsteht das Gefühl des lauten Schweigens. Das ist grauenvoll. So beginnt Ehekrach. So enden Tinder-Beziehungen ewig kinderlos. Und alles macht sofortnes Stress, weil eine falsche Erwartungshaltung dahinter steckt. Diese Antwort in Nanosekunden, wer hat gesagt, dass das so sein muss? Warum können wir nicht antworten, wenn wir Zeit und Herz und Hirn für eine Antwort haben? Der sofortnes Stress aus unternehmerischer Sicht ist ein Riesenthema. Beispiel Steuerberater. Wenn mein Steuerberater mir in Nanosekunden auf Mails antwortet, dann bekomme ich Angst, weil ich sehe, der ist dauerabgelenkt. Der sollte doch gerade in einem Abschluss drin sitzen und nicht mir in Nanosekunden antworten. Ich möchte Ihnen einen Tipp geben. Wenn Sie Dienstleister beauftragen, nur noch pauschale Verträge machen, lassen Sie sie bloß nichts mehr über Stunden abrechnen. Aufgrund der Dauerablenkung zahlen Sie auch noch für die Dauerablenkung der Leute und sind dann auch noch Beta-Tester von qualitativ mangelhaften Ergebnissen. Es wird immer schlimmer. Die Leute lesen ja auch nichts mehr. Am besten, sie machen noch Videos anstatt E-Mails, wo sie erklären, wie man mit der E-Mail umzugehen hat. Willkommen in Absurdistan. Nichts kostet so viel Zeit und Zeit ist ja Geld und ist Gesundheit, ist Nerven wie fehlende Qualität. Arbeiten Sie an Qualität. Die Quantität von Mails, Meetings, WhatsApp, Gruppenchats sind doch eigentlich nur ein Zeichen von fehlender Qualität in der Kommunikation, in der Führung und manchmal auch in der Menschlichkeit. Was hilft? Ein Perspektivenwechsel. Und zwar dieser. Achten Sie auf Ihre eigenen Reflexe. Beobachten Sie sich mal selbst. Wann greifen Sie reflexhaft zum Telefon? Und ersetzen Sie diesen Reflex durch Reflexion. Überlegen Sie, habe ich überhaupt jetzt was zu sagen? Muss es jetzt gleich sein in diesem Medium? Mein Tipp ist hier, nehmen Sie sich öfter mal die berühmte Nachtzeit, um eine Entscheidung zu überschlafen, um eine Antwort zu überschlafen. Langsam ist das Neue schnell. Lieber langsam und mit Herz und mit Hirn als schnell und aktionistisch und mit schlechter Qualität. Das kostet Sie viel, viel mehr am Ende. Auf meiner Webseite gibt es einen Handy-Habit-Tracker. Den lege ich Ihnen ans Herz. Laden Sie sich den mal runter und beobachten Sie sich eine Woche lang selbst. Immer wenn Sie ans Handy gehen, können Sie es ausfüllen, damit Sie mal sehen, wie oft Sie reflexhaft zum Handy greifen. Und jetzt kommt so ein Happiness-Mantra, was mir geholfen hat, meine ständige Erreichbarkeit abzustellen. Ich habe mir eines Tages gesagt, so, nur Sklaven sind ständig erreichbar. Ich bin frei. Ich entscheide selber darüber, wann ich erreichbar bin und vor allen Dingen wann nicht. Happiness-Hack Nummer drei sind E-Mail-Öffnungszeiten, digitale Öffnungszeiten. Ich mache Mails nur noch einmal am Tag. Sie schaffen es, wenn Sie zweimal am Tag Mails machen. Kommunizieren Sie das. Machen Sie eine Auto-Reply und schreiben neue E-Mail-Öffnungszeiten. Nur noch zweimal am Tag, einmal vormittags, einmal nachmittags. Und schalten Sie die Kontrollfreak-Funktionen ab, nämlich die Lesebestätigungen. Die blauen Häkchen bei WhatsApp, die müssen weg, weil dann denkt auch niemand mehr, Sie hätten was gelesen und emotional und intellektuell verstanden und Sie gewinnen extrem viel Freiheit zurück. Am Ende des Tages, und das möchte ich auch deutlich machen, geht es nicht darum, weniger digital zu sein, aber es geht darum, besser und selbstkritischer digital zu sein und vielleicht auch selbstbewusster. Mein Idealzustand ist die Mitte, die digitale Balance, der gute Mix aus On und Off. Ich nenne diesen Zustand inzwischen Online. Und da arbeite ich jeden Tag daran hin, dass ich den halte. Und da möchte ich Ihnen einen letzten Tipp dazu geben. Work and Play, oder? Schreiben sich jetzt viele Unternehmen auf die Fahne und stellen Tischfußball, also Kicker auf, verwandeln Arbeitsplätze in Spielplätze. Ich glaube, das macht uns langfristig und kurzfristig nicht glücklicher. Brot und Spiele funktionieren zwar auch Jahrhunderte nach Cäsar noch ganz hervorragend, um Massen stumm und dumm zu halten, aber heutzutage ist das doch keine Kompetenz, Work and Play. Heutzutage ist die Kompetenz Hacken und Häkeln. Wenn Sie sich das selber beibringen und Ihren Kindern, dann schwöre ich Ihnen, Sie werden glücklich leben für die nächsten 10 oder 20 Jahre, ZwinkerSmiley. Im Anfangsmodus können Sie auch starten mit Meditieren und Programmieren. Was ich Ihnen damit sagen will, ist, suchen Sie die Balance. Abschalten können ist im Digitalen genauso wichtig wie Bremsen beim Autofahren. Und deswegen ist hier mein Happiness-Mantra für Sie, Sie sehen es vielleicht auch auf meinem T-Shirt, Bussi statt Busy. Steigern Sie Ihre Kussbilanz und fahren Sie den Kilobyte-Konsum runter. Und das ist der Plus-Eins-Happiness-Hack am Ende dieser Keynote. Was mir geholfen hat, mich in die Balance zu bringen und auch dort zu bleiben, ist ein Morgen- und Abendritual. Ich starte morgens mit dem kürzesten Gebet der Welt und das heißt Danke. Wenn ich aufwache, dann sage ich einfach Danke innerlich, danke, dass ich überhaupt noch da bin. Mein Handy schläft übrigens in seinem Handybettchen im Flur, weil Handys natürlich Bettverbot haben. Das ist ja sonst wie Kette rauchen im Bett, das mag niemand. Morgenritual Danke und ich bin im Nicht-Stören-Modus eine Stunde nach dem Aufstehen und mache mein eigenes Morgenprogramm und meine Prioritäten. Und abends geht mein Handy automatisch eine Stunde vorm Schlafengehen in den Nicht-Stören-Modus. Und ich beende meinen Tag beim Zähnenputzen mit einem kleinen Danke-Ritual, dass ich mir überlege, wofür bin ich heute dankbar? Und ich habe neben meinem Zahnputzglas so ein Glas aufgestellt, da mache ich so ein Post-it jeden Tag rein, wo ich eine Sache draufschreibe, für die ich dankbar bin. Und wenn ich mal einen Hänger habe, dann greife ich in das Glas und ziehe mir ein paar schöne Momente raus. Und das macht mich glücklich. Probieren Sie das aus. Ich vermute, bei Ihnen hat es denselben Effekt. Und meine letzte Botschaft ist, genießen Sie das. Offtime ist der neue Luxus. Gönnen Sie sich viel davon. Und Offtime ist nicht zu verwechseln mit Offline. Wer heute nicht smart digitalisiert hat, ist ja genauso abgehängt wie der Smartphone-Zombie, der nicht mehr über den Bildschirmrand hinauskommt. Genießen Sie jetzt gerade im Sommer viel Offtime. Freuen Sie sich über den neuen Luxus. Und ja, falls Sie noch eine Extradosis gebrauchen können, hätte ich noch einen letzten Tipp für Sie. Menschen, denen dieser Vortrag gefallen hat, haben auch diese Bücher gefallen. Denn ich habe die Zwangspause der Corona-Krise genutzt und habe einen Homeoffice-Survival-Guide geschrieben. Wer da noch Motivation gebrauchen kann, holen Sie sich den Motivationskick in diesem Survival-Guide. Ansonsten kann ich nur sagen, wenn Sie noch mehr Kicks brauchen, zum Beispiel wieder digital, besuchen Sie einen meiner Online-Kurse. Und ja, danke für Ihre Zeit. Danke für Ihre digitale Zeit und für Ihre Lebenszeit. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar Impulse geben, dass Sie ganz viele Momente erleben, die so schön sind, dass Sie Ihr Handy vergessen und mögen die guten Zeiten immer da sein, wo Sie gerade sind. Und vielleicht treffen wir uns eines Tages dort im echten Leben. Das würde mich freuen. Vielen Dank. Ein beeindruckender und lebhafter Vortrag von Anitra Eckler, der auch unseren Alltag hinterfragt und vielleicht den einen oder anderen Impuls uns gibt, diesen vielleicht neu zu organisieren. Anitra Eckler, der auch unseren Alltag.